Hi YouTube! Eigentlich wollte ich jetzt erstmal mein Design Festival Video von London fertig machen, aber da ist jetzt noch was dazwischen gekommen, wo ich tatsächlich es nicht lassen kann, kurz was dazu zu sagen. Und zwar ist es so, dass in den Kommentaren zu dem Body Positivity Video ein paar Punkte aufgekommen sind, über die ich gerne nochmal separat sprechen würde. Da geht es vor allem ums Thema Gender. Für mich ist der Begriff Body Positivity sehr, sehr viel weiter gefasst als wirklich nur oberflächlich das Äußere von Menschen dick oder dünn und sportlich oder unsportlich gepflegt oder ungepflegt, sondern da geht es ja noch um viel mehr, also für mich zumindest. Ein Kommentar, den ich geschrieben hatte und der auch ziemlich lang war und ich mir damit relativ viel Mühe gegeben habe, ist verschwunden. Ich habe ihn nicht gelöscht. Ich nehme an, dass ihn dann wohl irgendjemand gemeldet hat. Und ich bin mir jetzt nicht bewusst, dass der Kommentar irgendwie unangebrachte Inhalte enthalten hätte. Deswegen finde ich das irgendwie schockierend. Und offensichtlich sind da irgendwie Leute auf meinem Kanal, die auf meine Meinung keinen Bock haben. Und dann frage ich mich halt schon, warum seid ihr denn dann da? Also erstmal möchte ich sagen, meine Videos entsprechen ja nicht irgendwelcher Wissenschaft oder ich gebe keine Quellen an, sondern das ist einfach meine Meinung. Und wenn ich damit Leute angreife oder die meine Meinung irgendwie unangebracht finden, tut mir das leid. Aber es zwingt euch natürlich auch niemand, diese Videos anzuschauen. Ihr müsst hier nicht sein. Wenn ihr keinen Bock habt auf meine Meinung, dann guckt halt andere Videos an. Die Leute, die konstruktiv diskutieren, da habe ich auch überhaupt kein Problem mit. Und da können wir gerne drüber reden. Und natürlich gibt es da auch immer Meinungsverschiedenheiten. Aber das kann man ja alles auflösen. Und im schlimmsten Fall, selbst wenn man es nicht auflösen kann, dann ist man halt nicht einer Meinung. Dann ist es so. Ist auch in Ordnung. Gender, also der englische Begriff für Geschlecht, bezeichnet im Vergleich oder im Gegensatz zum biologischen Geschlecht, was ja auf Englisch Sex ist, das gefühlte Geschlecht. Und heutzutage, dadurch, dass es jetzt ja eine offenere Transgender-Kultur gibt, dass das alles viel besser akzeptiert wird in der Gesellschaft, gibt es mittlerweile viele Leute, die sagen, es gibt ganz viele Stufen zwischen Männlein und Weiblein auf dem gesellschaftlich gefühlten Spektrum. Und ich habe dazu eine Doku geguckt, die ich euch auch sehr ans Herz legen kann. Ich habe sie in der Beschreibung verlinkt. Das ist eine Folge von Quarks & Co. zum Thema Intersexualität, wo es darum geht, dass auch rein biologisch schon tatsächlich zwischen komplett 100% männlich und 100% weiblich ganz viele Stufen existieren. Dadurch, dass ja jeder Mensch seinen individuellen Hormoncocktail hat. Dadurch, dass jeder Mensch weibliche und männliche Attribute hat. Und es gibt Frauen, die haben mehr Testosteron als Männer. Ja, und sind dadurch halt von sich aus irgendwie schon maskuliner. Es gibt auch Männer, die haben sehr viel Östrogen und sind dadurch eher feminin. Aber deswegen, das hat ja erstmal mit ihrer Identifikation nichts zu tun. Ich kann mich als Mann fühlen, auch wenn ich irgendwie feminin bin. Ich kann mich als Frau fühlen, auch wenn ich sehr burschikos bin. Und das widerspricht sich ja gegenseitig nicht. Und ich finde genau deshalb, weil es da nochmal einen Unterschied gibt zwischen der reinen Biologie und meiner gefühlten Identität, auch, dass man nicht sagen kann, dass die Biologie für alles verantwortlich ist. Es ist so viel mehr als die Biologie. Gerade in der Intersexualitätsdoku haben sie ja auch eine Studie gezeigt, dass die Erwachsenen, wenn sie das Geschlecht der Babys kennen, ganz automatisch anders mit ihnen umgehen. Ich glaube, dass die gesellschaftlichen Normen und Machtverhältnisse ganz stark miteinander verknüpft sind. Denn es gibt ja auch Normen, die nur entstanden sind, um zu diskriminieren. Zum Beispiel gegenüber Frauen oder gegenüber Farbigen. Da gibt es schockierende Beispiele aus der amerikanischen Architektur und Stadtplanung. Und wahrscheinlich, wenn man bei uns suchen würde, würde man die auch finden. Mir ist das Thema Gleichheit zwischen Geschlechtern wahnsinnig wichtig. So wichtig, dass ich, nachdem ich mich mit Intersexualität und Transgender und nicht eindeutig binären Menschen, nachdem ich mich mit all denen beschäftigt habe, habe ich für mich entschieden, dass ich eigentlich finde, dass das Geschlecht scheißegal ist. Wenn man mal wirklich sich Menschen richtig anschaut und nicht nur nach ihrem Geschlecht beurteilt, wenn die Menschen sich jetzt nicht so präsentieren, wie für ihr Geschlecht typisch ist, dann kann ein Mann fast schon wie eine Frau aussehen. Und umgekehrt, gerade bei den Transgendern, auch wenn die sich nicht operieren lassen, bei manchen sieht man das fast gar nicht, dass sie eigentlich mal das andere Geschlecht waren. Und das ist ja auch eine Form von Body Positivity, dass man sich dann in seinem Körper wohlfühlt. Und solange Leute sich in ihrem Körper wohlfühlen, gibt es doch auch keinen Grund, dagegen irgendwas zu sagen. Und dann sollte auch die Norm da keinen Grund gegen haben. Alles ist doch normal, denn Biologie bedeutet ja Mutation. Wir sind alle nur da, weil es Mutationen gibt. Und wir sind alle normal. Es gibt kein Abnormal. Behinderungen sind ja auch Mutationen, die normal sind. Und das Schlimme ist ja, dass die gesellschaftliche Norm dafür sorgt, dass diese Behinderung nicht als normal wahrgenommen wird. Weil irgendwann mal jemand beschlossen hat, dass das schlechter ist. Oder, keine Ahnung, man versteckt das ja und redet wenig über Behinderung. Mittlerweile haben wir ja das Glück, dass Brillen nicht mehr als Behinderungsmerkmal wahrgenommen werden, sondern Brillen sind halt cool. Aber vor 100 Jahren noch waren Brillen ein Zeichen von Behinderung. Und die Leute wollten nicht, dass man weiß, dass sie Brillenträger sind, weil sie ja dann offensichtlich krank oder behindert sind. Und das ist halt so was, warum ist denn jemand Behindertes schlechter? Warum ist der abnormal? In einem Kommentar wurde von Missbildungen gesprochen. Boah, Leute, ihr könnt doch nicht so einen Begriff verwenden. Wie verletzend ist das denn? Stellt euch vor, ihr hättet eine Behinderung. Würdet ihr wollen, dass jemand von euch so spricht, dass ihr missbildet seid? Sprache ist so ein mächtiges Werkzeug, um Meinung zu bilden und auch um Normen zu festigen. Und es ist wahnsinnig wichtig, da auch drauf zu achten, dass man in seiner eigenen Kommunikation solche wertenden, beleidigenden, diskriminierenden Dinge nicht sagt. Das finde ich echt nicht in Ordnung, so was zu sagen. Huiuiui, da habe ich mich ein bisschen aufgeregt bei diesem Kommentar, muss ich ganz ehrlich sagen. In der Antwort darauf kam dann das ganze Thema, dass man sagt, das ist ja alles normal und das ist ja nicht schlimm und man soll das ja akzeptieren, würde ja abnorme Ausbildungen beschönigen. Naja, aber was ist denn Abnorm? Das ist doch nur gesellschaftlich definiert. In der Biologie gibt es ja keine Norm und Abnorm. Es sind natürlich Verhältnisse, ja. Manche Sachen kommen häufiger vor, manche seltener. Aber nur weil was auf der Skala weit weg vom Median ist, das heißt es doch nicht, dass es nicht auch irgendwie dazugehört, ja. Das ist halt ein Teil des Spektrums. Und ich finde es einfach so, so schwierig zu sagen, Leute, die selbst sagen, sie sind genderfluid, würden die geschlechtliche Ungleichheit leugnen. Ich will gar nicht sagen, dass alle Menschen biologisch gleich sind, überhaupt nicht. Ich will nur sagen, dass es eben mehr gibt als zwei Schubladen. Denn eigentlich gibt es so viele Schubladen, wie es Menschen gibt. Jeder Mensch ist anders. Wir haben alle irgendwelche Dinge gemeinsam und irgendwelche Dinge nicht gemeinsam. Und nur, weil ich bestimmte Geschlechtsmerkmale habe, kann ich trotzdem selber entscheiden, möchte ich in diese Schublade Frau gesteckt werden, ja. Theoretisch ist es doch auch egal, weil wir sind alle in derselben Schublade Mensch. Und das finde ich eigentlich das Wichtigste. Also ich finde, das Gender-Thema ist nochmal ein eigenes, was auch viel mit der Body-Positivity zu tun hat. Und ich weiß nicht, ob ich das jetzt so super gut erklärt habe, aber ich hoffe, ihr habt irgendwie verstanden, worauf ich hinaus will. Ich muss zum Schluss nochmal ehrlich sagen, dass diese politischen Diskussionen, auch gerade wenn sie in den Kommentarspalten von meinen Videos stattfinden, mir nicht immer leicht fallen, weil es natürlich sehr emotional ist. Ich versuche dann zwar, sachlich zu diskutieren und ich denke auch, dass ich da relativ konstruktiv bin und anderer Leute Meinungen auch nicht krass verurteile, aber ich habe da auch meine Grenzen dessen, was ich akzeptieren und tolerieren möchte. Und in einem Kommentar, der jetzt mittlerweile eh nicht mehr dasteht, weil er auch verschwunden ist, standen so Sachen wie, dass es ja nichts nützt, sich in einen anderen Körper zu wünschen oder dass man Sprache ja vergewaltigen würde. Also solche Dinge. Und da muss ich tatsächlich sagen, ich habe mich wahnsinnig darüber geärgert, über solche Aussagen. Andere habe ich ja schon aufgegriffen im Video und dementiert. und in Zukunft weiß ich nicht, ob ich da immer so Lust habe, mich dem auszusetzen, solchen massiv wertenden und unangebrachten Aussagen. Deswegen kann es auch sein, dass wenn ich auf sowas einfach gerade mal keinen Bock habe und denke, Alter, das geht mir echt zu weit und ist nicht mehr konstruktiv, dann werde ich das vielleicht auch mal löschen, weil ich nicht möchte, dass es unter meinen Videos steht. Und das ist jetzt polarisierend und wahrscheinlich werden dann wieder ein paar Leute sagen, voll scheiße und keine Meinung Freiheit und überhaupt. Aber ich mache diese Videos ja, um Menschen toleranter zu machen. Und wenn da so intolerantes Zeug unter meinen Videos steht, irgendwann ist mir das dann zu viel. Und da kann ich auch nicht mehr neutral und sachlich bleiben, da werde ich dann emotional. Und ja, deswegen, deabonniert mich, Bitches! Das ist mir echt egal.